Hallo, ich bin Stefan Klopfer von K2 Systems. Jetzt zeige ich euch den Aufbau unseres Flachdachsystems S-Dome mit langen und kurzen Schienen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr weitere Fragen habt, dürft ihr uns sehr gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.